Willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Bad Company 2. Heute wieder auf Arika Haba, aber diesmal im Eroberungsmodus und nicht im Rush-Modus. Und ich seh grad, ich sitz hier direkt vor ner feindlichen... Upsala. Halt eben nachladen. Ich spiel weiter mit diesem M1 Gerund Veteranengewehr, oder wie das heißt. Moment. Ich weiß grad nicht, ob ich da wirklich hin soll. Setz mich jetzt mal hier hin und hoff, dass ich jetzt hier auch mal irgendwen abschie... Ach man, da war ich zu langsam jetzt grad für. Und wir haben aber die Flagge jetzt so gut wie erobert. Und das ist ja... Ist da hinten wir? Nein. Komm, die Flagge hisst schneller. Bis jetzt sind wir noch nicht gestorben, aber wir haben auch noch keinen wirklichen Gegner in unserer Nähe gehabt. Was ich ja hier schnell ändern kann. Und da hab ich doch tatsächlich grad die Basis erobert. Oh, und da sind wir auch schon unter Beschuss, aber wir können so gerade noch ausweichen. Oh, wo kam der denn jetzt grad her? Das kam... Das kam jetzt gerade sehr plötzlich und wir nehmen hier gerade irgendwie mit 16 Frames auf. Hab ich jetzt Frames gesagt? Ja, Frames war, glaub ich, richtig. Und wir haben den Gegner ausgeschaltet. Mal wieder mit der Panzerfaust. Joa, mal eben nachladen. So, hier rein. Mal eben wieder nachladen, weil dieses M1-Gerranting ist zwar ziemlich stark, weil man da nur wenige Schuss braucht. Aber hat dementsprechend auch wenig... Oh, wie soll ich den denn da umtreffen? Und, da jetzt haben wir nur das Haus getroffen. Aber wir wollen natürlich mehr Kills schaffen, damit wir hier richtig gute KDs irgendwann mal hinbekommen. Mein Ping ist... 230, na super. 230 ist ziemlich kacke als Ping. Aber irgendwie... Ich sehe hier gerade keinen. Gehen wir mal weiter, hier vorne an die Front. Wir haben ihn doch gesehen, sind doch umgekommen. Aber warum... Nein, mein Ping ist 195. Ich hab mich eben verguckt, das war ein Punkt, was ich eben gesagt hab. Aber trotzdem, das ist gar nicht gut, so ein Ping. Ich probier's nochmal. Wir haben... Kein Squad ist mir gerade aufgefallen. Muss ich gleich mal ändern. Der 200er Ping ist schon schlimm genug jetzt. Ist etwas schwer und es ruckelt bestimmt auch ganz ordentlich. Im Video nachher seht ihr das ja dann noch stärker. Äh, ja. Nein. Jetzt hab ich den da oben übersehen. Da unten ist einer drin, oder? Ich werde jetzt mal eben was... Jagd natürlich. Mann. Dieser verdammte Ping ist nervt einfach. Mit Shotgun spielen? Nee. Als Sniper spielen, das ist eine gute Idee. Und zwar bei... Moment, wir nehmen uns jetzt mal eben einen Squad. Der Feind hat die Feuerbasis übernommen. Natürlich. Man darf nur ein Sniper pro Team. Ist natürlich sehr toll. Mein Ping wächst und wächst nach oben. Immer weiter nach oben. Dann joinen wir mal hier unseren kleinen Freund. Super, Junge. Gleich haben wir die hier alle drin sitzen. Ach, verdammt. Wir haben nur die Rauchgranate, glaube ich, dabei. Ach, das hatte ich schon mal... Oh, es leckt unheimlich, ey. Ich werde nämlich bald vielleicht die Ava-Media-Karte kaufen und dann von der Playstation 3 aufnehmen. Ach, wir dürfen ja kein Sniper... Ja, super, mehr ein Sniper schon. Und dann werde ich halt Battlefield auf der Playstation 3 spielen. Und das wird auf jeden Fall qualitativ hochwertiger sein. Nicht nur vom Gameplay, sondern auch, wie man hier spielen überhaupt kann. Weil ich kann ja hier nicht wirklich spielen. Ich werde ja hier hauptsächlich gekillt, weil ich dann durch den Ping so ruckele und nichts treffen kann. Und wir haben einen Gegner ausgeschaltet. Tomatensuppe. Das ist natürlich gut. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Ich habe keine Ahnung. So wirklich gut wird das ja jetzt hier eh nicht mit dem Ping. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Kills und alles mit der Panzerfaust. Ist ja nicht so berauschend. Wir bleiben mal hier oben sitzen, mein Squad. Ich gucke mal eben, ob hier in den unteren Etagen noch wer rumhängt. Aber ich sehe gerade zumindest nichts. Und ich marschiere jetzt mal hier irgendwo anders hin, weil ich habe das Gefühl, hier werde ich zu schnell entdeckt. Hallo? Ich treffe überhaupt nichts. Und das ist ziemlich sinnlos gerade. Jetzt habt ihr gerade gesehen, wie sehr es leckt. Da oben versuche ich jetzt mal... Aber man trifft die da nicht. Ich muss jetzt hier einfach warten und auf den Eingang schießen. Vielleicht reißen wir auch das ganze Haus ab. Aber hier könnte eine gute Stelle sein. Ich bin zwar eigentlich nicht so der Camper, aber... Bei dem Ping hier bleibt mir nicht so viel anderes über. Ja, dich habe ich gesehen. Und da mal einen gemessert. Den Herrn Integ. Jetzt bleibe ich hier irgendwo dran hängen. 3 zu 5, das ist natürlich nicht gut. Und da das so ein grausames Spiel von Internet hier ist, Dann sage ich mal tschö, bis zum nächsten Teil von Battlefield Bad Company 2.